Mehr. Okay. Okay, ganz weird. Naja, und damit, und damit, willkommen zu der zweiten Staffel von My Singing Mo... Äh, ich sag schon wieder My Singing Mo... Ey, ich hab nicht mehr alle. My Little Universe. Ich hab es euch lange versprochen. Und nach einem Monat Pause bin ich wieder da und wieder back mit einer neuen Folge, äh, einer neuen Serie My Little Universe. Ja. Ja, das ist die neue und ich bin mal gespannt, so, ich bin mal gespannt, was das wird. Oh. Name you planet. Ähm. Leon. Planet. Sehr falsch geschrieben, juckt mich jetzt nicht. Und jetzt... Kann ich mir abholen? Okay, warte. Hä? Oh. Gebäude freigeschaltet. Oh. Okay. Kann ich den umbenennen? Kann ich das eigentlich umbenennen? Ja, okay, da heißt das auch noch mal hier im Plan, ey. Tutorial abschließen. Dann muss ich hier rüber. Dann muss ich hier rüber. Ah. Und uns hat direkt eine Werbung begrüßt. Naja, wir gehen weiter. Ich höre nicht so viel, weil ich, äh, die ganze Schnauze muss, oder verstopfen sich mein Ohr. Naja, egal. Jetzt können wir hier den Briefen, Versourcen, Eiche platzieren. Und das ist jetzt der Planet, oder was? Hä? Ich dachte eigentlich, dass das der Holzhacker, okay. No Connection. Ich möchte, ach, ich glaube, ich müsste den Holzhacker, ich müsste den Holzhacker jetzt hierhin connection und hierhin. Hier, hier, nee. Ich upgrade, ich upgrade von dem Baum erstmal. So. Kann ich den hier noch upgrade? Ja. Ach, umso mehr habe ich dann, okay. Ja, gut, dann haben wir es. So ganz schön viel. Oh. Ja, das sind schon sehr viele. Und das sind jetzt meine Eiche. Okay, okay, das ist interessant. Was ich mich frage, ist, ob das jetzt hier achten, okay, ob das jetzt hier die zweite Staffel ist, oder ob jetzt noch hier richtig Planeten kommen. Ich glaube leider nicht. Also, eine Eiche, die drei Platten, so, und hier, das Zelt. Also, bis jetzt macht das übel Bock. Ich habe aber Angst, halt, dass das jetzt alles war, oder ob das nur so ein Mini-Planet ist, wo ich mal kurz abholen kann. Ich hoffe. Wir wollen, wir wollen uns jetzt hier nochmal die 1,8-Ger-Holz-Mission, so. Wir wollen jetzt noch mehr, ja, ja, ich habe halt ja Werbung aktiviert, ich bin ja nicht so blöd, Leute. Ich habe ja keinen kleinen IQ, ich bin nicht so blöd und deaktiviert, endlich mal die Werbung. Da muss ich euch nicht so viel rauskatten. Naja, gut. Wo muss ich jetzt hin? Nee, ich muss schon zu ihm. Ne, ja, Quests und dann jetzt hier Reward. Jetzt hier Travel. Wo bin ich jetzt gelandet? Trollheim. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte mal, warte mal ganz kurz. Ich, also, ich, ich, ich habe das jetzt hier richtig verstanden, ne? Ich bin jetzt auf meinem Planet. Ich war mal auf meinem Planet. Hier Travel, komme ich jetzt hier zu meinem Planet. Nee. Hä? Ach, das sind meine... Das sind die Planeten und ganz oben ist mein Zuhause. Aha! Aha! Verstanden. Gut. Aber jetzt ist hier sozusagen jetzt die... Naja, das Trollhaus sag ich jetzt mal. Naja, wir beginnen dementsprechend mal. Mit einer guten Ladung benötigt Level 6. Mit einer guten Ladung benötigt Level 6. Und das bist du. Alles klar. Alles klar. Level 23. Ich könnte den langsam besiegen. Ja, so viel dazu. Ich zieh dem aber schon viel Leben ab, wenn ich so stehe. Ich möchte die Hälfte... Hey, warum schilden hier plötzlich schon ein Troll? Troll? Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Bats! Ich hab dich gerettet. So muss man sich scharf. Warte mal, was? So, so der Kreuz? Ja. Ah, hier kriegen wir unsere Ausrüstung. Ich hab das mal vor... vor... vor sehr langer Zeit schon gespielt. Das Game privat. Meine Juni, das hab ich am Projekt gemacht, aber das hab ich auch schon gespielt, privat. Bis, glaub ich, zum vierten Planet Anfang hab ich gespielt, aber mehrmals dann wirklich nicht. Okay, hier können wir verbessern. Die Steine haben wir gleich. Das Gold haben wir gleich auch. Das ist schon mal sehr cool. Und hier können wir direkt unsere Steine schmelzen. Und gleich haben wir... Okay, das ist nicht so viel. Naja, können wir hier irgendwas kaufen? Und wir können hier auf jeden Fall sehr viel upgraden. Das ist mir schon mal bewusst. Holz hab ich ja. Bin hier in Level 6. Okay, ich geh jetzt nochmal ganz kurz um das Portal. Das ist nicht ganz wenig schicke. Hier sind die zwei Planeten, die ich auswählen kann. Und das hier ist der Leon-Planet. Mein Planet. Okay. Also wir merken uns unten Planeten und oben mein Heimatplanet, Leon-Planet. Und das ist immer dasselbe. Ja. Okay. Hä? Achso, ein Spezialangebot. Naja. Wir haben auch noch einen rierten Brunnen. Ach, und den können wir immer so weiterskillen. Achso. Sorry, das ist zu laut reden. Wie gesagt, mein Ohr ist gestoppt. Ja. Soll ich den denn jetzt connecten hier? Aha. Besteht den? Nee. Joa, danach hab ich erstmal ne halbe Minute an der Färbung gearbeitet, das ich gar nicht wollte. Bin halt einfach schlau, ne? Absolut nicht. Sehr schön. Aber jetzt. Dann haben wir halt jetzt leider keine Mienarbeit mehr. Und dann hab ich erstmal meinen Arbeiter verkauft. Dann baue ich mir halt wieder ein. Boah. Also, das ist schon schwierig. Wie? Ah. Boah ist der teuer. Oh. Ups. Ach, und der baut jetzt ab. Nee. Ich kapier's einfach nicht. Baupläne. Hier gibt's ein bisschen B-Kron-Vulkan. Der kostet mich 13 Kronen. So was? Ein Bei? Ach nee. Kostet Geld. Geld. Auch Geld. Auch Geld. Okay, hier gibt's ganz viele Upgrades. Okay. Dann baue ich halt einfach selbst das Geld ab, falls du keinen Bock hast. Dann ist es halt so. Das ist ein privates Geld. Sorry, Leute. Ich bin hier wirklich zu blöd, um ihr zu... Ja, ich war auch sehr, sehr dumm, weil ich hab jetzt locker wieder ne halbe Minute daran getüftelt, den irgendwie mit den Bäumen zu connecten, damit er die abbaut. Hab's aber nicht hingekriegt. Alles weg. Ihr lasst das jetzt einfach erstmal so liegen. Also man kann hier sehr viel bauen. Ich würd sagen, wir platzieren erstmal hier ne Fläche und färben die direkt mal wieder ein. So, und meine schöne Farbe, wie ich sie gerne immer habe. So. Kann ich sie eigentlich alle so bauen? Habe ich noch genug oder kostet das Geld? Ich baue mir jetzt erstmal hier so ein bisschen. Und terraform die zu meinen Ex-Kliseben-Weg. Ach, ich labere einfach gar nichts. Kann ich hier so ne Fährte bauen mit so nem Boden? Keine Ahnung. Ich mach den einfach mal so, wie ich kann. Ja okay Leute, ich geb auch zu, die erste Folge ist ein bisschen chaotisch. Und ihr checkt noch nicht so viel, aber im Laufe wird's, im Laufe wird's. Glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir. Ich mach mal kurz alle Flächen. Okay, wenn man den Dreh raus hat, dauert das gar nicht so lange. Und wir haben unsere schöne Grasfläche. Da können wir direkt auch ein paar Eich... Ja okay Leute, wir machen grad sehr wenig den dritten Planeten. Ich verstehe schon, aber wir werden pro Staffel einen Planeten machen. Und ein bisschen hier, bis wir alles haben, ja? Und wir werden hier noch alles kaufen, aber im Laufe der Staffel. Das wird ein riesiges, äh, großes Projekt. Ich, ich geb aber auch, ich trottel, geb aber auch hier richtig viel Eiche aus. Das sollte ich nicht machen. Weil genau die Eiche brauch ich ja jetzt. Ja genau, siehst du was mein? Naja, dann upgrade ich halt nochmal kurz. Und pflanze. Umso mehr Eiche ich hier pflanze, desto besser. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie ich das mit dem Holzhacker mache. Bauprins. Ne, ne, ne. Ich lass das jetzt erstmal so. Ich bin, ich bin, ich krieg's eh nicht hin. Sehr gut. Eiche. Bisschen mehr Eiche. Und hier noch ein bisschen Eiche. So. Gut. Dann hat man mal die ganze Eiche ab. So, Batz. Und... Boah, es gibt schon viel Holz. Schon wieder 200 Holz. Das reicht, um diesen Baum hier abzugraren. Einmal. Batz. Wow. Und der Baum kostet schon wieder 600. Okay. Ich lass das jetzt erstmal alles laufen. Und... Begebe mich... Zu den Quests. So. Also, er will diese Quests. Okay. Und die kann ich leider nur machen, indem ich... Den dritten Planeten. Okay, hier kann ich den Planeten nennen. Die Generalisierung ist schon ganz clean. Kam da gerade Werbung? Nein, da kam keine Werbung. Da kam das Textfeld für den Namen von meinem Planeten. Ich hab kein Internet an, du Trottel. Naja. Und hier Plattform-Herausforderungen. Ach ja. Da gab's ja solche komischen... Tier-Herausforderungen. Wir machen jetzt mal die erste Herausforderung. Und ich würd sagen, dann... Beenden wir auch mal bald den Part, ne. Also... Na komm, wir machen ihn ein bisschen länger. 20 Minuten vielleicht. Ja, ja. Das kenn ich. Das ist so eine kleine... Eine kleine... Eine kleine Bau... Bauhöhle halt. Gemäßig. Ne, ne. Bauhöhle. Klar, ich bin Bauhöhle. Ich mein, es ist so eine... Ja, man muss... Man muss so kämpfen. Das nennt man auch Miene, du Trottel. Und man muss alle Feinde... Feinde... Ich bin gleich tot. Perfekt. Man muss alle Feinde hier finden. Und sie auch killen. Und ich bin direkt tot. Super. War einzigartig affengeil. Sprachen lernen. Bubble. Wie komm ich bloß immer auf solche Wörter? Vielleicht, weil da eine IQ 0 beträgt? Das könnte sein. Das könnte sogar stimmen. Das stimmt ja auch. Ach. So. Ja, okay. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Und hier können wir demnächst was machen. Okay. Okay, geht's auch noch... Okay, hier sind komische Fische. Ich will wissen, was die machen. Machen nix. Gibt's überhaupt Teile auf meinem Planeten? Weil dann wär das mega cool. Kann man nicht mehr. So. Und wir haben jetzt hier bei unserem Spielraum Baum drei Platten und drei Eichen. Also es gibt immer mehr. Ich bin wirklich gespannt, was da alles noch kommen wird. Und ich würde sagen, ich mache so einen Eichenwald. Das ist eine ganz nice Idee, meiner Meinung nach. Ich kann hier einfach so straight eine Eiche pflanzen. Einfach so eine Eiche pflanzen. Das ist ja cool. Und einfach zusätzlich eine Eiche ohne Kosten. Okay, das ist wirklich sehr schlau. Wenn man dann genug von den Bäumen farmt. Whatever. Und die hier so abbaut. So. So. Geht das schon. Also mich fragt, wenn man denkt, okay, wahrscheinlich ist sie da. Ich wollte fragen, ich sollte mich fragen, was passiert, wenn man alle diese Skillbäume hat. Aber wahrscheinlich gibt es kein Limit. Es geht immer weiter. Und die andere Seite ist dann jetzt hier der Streckenpass wahrscheinlich. Naja. Gut. Hat kurz eine Unterbrechung, aber egal. Hier haben wir Zurückportal. Zurückportal, keine Ahnung. Das ist... Ach, das ist das. Ja, da kann man die Skins wechseln. Ist aber nicht so lebenswichtig. Also ich finde, der hier, den können wir verkaufen. Da kann man hier einfach so dies bauen. Natur. Natur. Ja, Leute, die Aufnahme ist hier nicht so... Die ist heute irgendwie nicht. Verstehst du, was ich meine? Heute ist noch alles erste Folge. Ist noch nicht so krass. Aber, naja. Die Aufnahme steht jetzt einfach so zufällig. Ich drehe sie gerade um 21 Uhr. Und von 23 bis 0 Uhr schneide ich den ganzen... Und das ist sehr überraschend. Es kam jetzt also sehr, sehr plötzlich sozusagen. Deswegen rede ich auch ein bisschen viel Blödheit. Jetzt schon wieder. Weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll hier vor der Kamera. Portal. Wir machen mal das Trollheim jetzt. Also, das ist ja eigentlich mein Ziel gewesen. Jetzt hier in dem kompletten Projekt pro... Dings ein Planet. Aber ich glaube, das wird nicht so richtig. Nee, wir brauchen ja das Level. Aber haben wir doch jetzt. Dann haben wir jetzt das Upgrade. Bin stuck. Ah, jetzt nochmal. Okay. Ja, wir haben's schon. Gut. Dann verbessern wir die Axt. Oh, wie fehlt das Gold jetzt? Jetzt fehlt mir tatsächlich das Gold. Wie kriegt man denn Gold her? Ach, das ist dieses Travel. Da kann man das Portal... Egal, wo man will, teleportieren. Äh, platzieren. Ja, ich geh kurz in den... Ist der wirklich... Gia? Dieser Planet wirklich Gia heißt. Das wär mir sehr komisch. Nee, oder? Ach, nee. Gaia. Gaia? Ach, egal. Ich brauch einfach nur schnell, ganz schnell Gold. Bei Bischle Gold. Na gut, Leute, ich fahr mit kurz ein bisschen Gold. Nee, bis gleich. Hab jetzt ein bisschen von meinem Holz verkauft. Aber egal. Hauptsache, ich kann jetzt immer die Spitzhacke... Die Axt verbessern. Die Folge ist so chaotisch. Das tut mir wirklich so leid, Leute. Ich habe einfach so viel Müll. Naja. Das mach ich generell. Egal. Dafür können wir jetzt dieses Hacke-Holz-Eteamon gleich abschließen. Boah, 500k. Einfach mal so. Krass. Das sind so viele Quests. Das kommt zum Spiel irgendwie nicht klar. Kann man auch verstehen. So, und jetzt hier. Gleich haben wir es. 1K haben wir schon. Oh, das kleine Baum hab ich vergessen, was wir sind. So jung. 1K. Dann haben wir, glaube ich, jetzt hier bis 2 oder 3, sogar. Naja, so noch 2. Und dann haben wir jetzt hier die 1,8 K. Oder? 4, 5. Nee, immer noch nicht. Ich vergess immer diesen Baum da hinten. Das ist so an, es sei das Fall. So, und da hinten ist dieses coole Schiff, wo... Da gibt es irgendwie noch einen Flosen, wo wir hinfahren. Das ist auch ganz cool. Ja, seht ihr? Das war so tatsächlich. Ich glaube, hier kommt sogar gleich der Hafen. Ach, by the way. Die Musik, die ihr die ganze Zeit hört, die manchmal lauter ist als ich. Die ist nicht von mir. Die ist im Spiel. Das ist Save Me League. Ich weiß es schon. Ja. Okay, hier geht es weiter mit mehr Holz. Das achievement war noch nicht abgeschlossen. Ups. Ja, das würde ich aber jetzt irgendwie nicht ändern mit diesem Baum. Ich stehe da einfach mal so ein einzelner Baum rum. So ein Baum rum. Habe ich genug Holzbretter? Nope. Oh, Mann. Oh, Mann. Dann mache ich jetzt hier so, Batz. Hier wieder weniger Holz. Oh, Mann, Alter. Jetzt habe ich das Achievement abgeschlossen. Das Achievement. Das kann ich jetzt ausgeben, oder? Nee, hä? Das nervt jetzt aber. Warum? Abschließen. Kriege ich jetzt immer noch so einen Sound? Gut. Okay, weitere vier. Oh, nee. Ich kann mir halt keine Werbung angucken, ne? Das ist halt das Problem. Also muss ich jetzt warten, bis 500 Holz geschmolzen wird. Na ja, gut. Dann ist es so. Ich bin aber auch nicht so dumm. Deswegen erzählen wir direkt einen Teleporter zu meinem Zuhause. Den Leonplanet. So habe ich ihn genannt, zumindestens. Mal gucken, was jetzt... Oh, da wurde ein Zaun gemacht. Warum ist denn da so ein bisschen rum? Ach, hier komme ich so rein. Oh, das ist ja cool. Hier habe ich dann so meinen eigenen Wald sozusagen. Oh, was ist? Schotterweg. Ja, die Ebenen sind Schotterweg. Soll ich mal bauen? Ja, ja, ich baue mal. Let's go. Schotter... Nee, hier. Hallo. Hallöle. Hä? Gibt es diese Felder, auf denen einfach nur nichts ist? Falls ja, das ist so ein ZFD hier. Platziere ich einfach hier. So, und da kann ich jetzt... einen Schotterweg nehmen. Ah, ha. Hier, ich weiß wo, ich weiß wo, hierbei... Äh... bei Angebote da. Nee. Hier. Zurück. Ich habe es vergessen, wo das war. Ah, da muss ich... Ich weiß wo es war, Leute. Okay, es wird hier... Ist das ein Trinkwasser drin? Keine Ahnung. Ich muss hier hin. Dann da klicken und... Nee. Dann nur so hoch. Aha. Da muss ich die... 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 Die Binde... Nee. Die Baupläne, genau. Schotterweg. Wo soll ich den platzieren? Ja, ganz einfach hier. Hier kommt der Schotterweg. Nee, hä? Ich will doch einen Schotterweg da hin bauen. Hä? Ich will ja jetzt Schotterweg. Aber die irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob ich... mehr platzieren kann. Es gibt Pilze. Es gibt noch mehr Bäume. Also... Es gibt auf jeden Baum den es gibt. Der ist ein riesengroß. Der ist dann bei der Vogelscheuche. Bei Dididum. Dimidinum. Dimidinum. Ach, egal. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell den dritten Planeten. Auf das wir gerade warten. Und dann beende ich den Part. Wir haben auf die Brücke gewartet, ne? Ja. Hä? Ich habe nicht genug in die Brücke geskillt. Ey. Nee, oder? Oder? Boah, nee. Ich habe nicht genug in die Brücke geskillt. Boah. Was machen wir denn da jetzt? Du wirst noch mal auf den Leon-Planet gehen. Und jetzt hier irgendwas abschließen jetzt auf jeden Fall. Also einen Schotterweg muss ich jetzt hier bauen. Frage ist, wie baue ich hier einen Schotterweg? D- Aha. Aha. Okay. Okay, jetzt habe ich es. Ja, so, ne? Den hier. Ja, diesen hier. Nee, nee, war das nicht. Gespeichert? Perfekt. Also man muss hier einfach nur auf den Deko gehen, gut zu wissen, so. Und den jetzt ein bisschen drehen. Und fertig. Mein Schotterweg. Mein Schotterweg. Whatever. Keine Ahnung, was das ist. Alter, wie hoch kann man das machen? Wie tief? Oh mein Gott, ist der tief. Ich mache immer auf dieselbe Höhe. Oh, jetzt ist der gedreht. Na, jetzt ist er wieder gedreht. Super. Und dann bauen wir einfach hier noch einen Schotterweg hin. Ein Lagerfeuer. Das sieht aus wie so ein Vulkan. Ernsthaft. Die Frage ist, wo kommt das hin? Okay, wir selekten jetzt einfach. Wir haben unseren ersten Schotterweg. Schön. So, jetzt Lagerfeuer. Was kommt hier hin? Auch demnächst. Okay. Äh, wir haben hier einen Eingang. Ich würde sagen, hier exklusiv Lagerfeuer mäßig. Nee, hä? Erzählt nicht, also. Ist wieder extra Block oder was? Krieg ich so ein Lagerfeuer drumrum? Oh, reicht nicht mehr. Schade. Ich finde jetzt hier so eine Baustelle. Die packen in der Mitte das Lagerfeuer. Und außenrum, weiß ich noch nicht. Wood. Ja, wie denn? Wie soll dieser Typ hier... Oh, nicht mehr viel Akku. Wie soll dieser Typ denn hier Wood sammeln? Ich weiß nicht, wie er dieser Typ hier Wood sammeln soll. Hier, ich kann nirgends wo hinschicken. Ich kann nix abklicken. Ich kann höchstens... Ich hab Angst, was passiert, wenn ich auf Hammer klicke. Nee, dann geht das hier kaputt. Jetzt hab ich den Holzwerker abgebaut. Mann! Ja, ich weiß ja sonst nicht, was ich machen muss. Es gäbe ja sonst einfach nix. Ich muss ihn wieder hochleveln, ey. Oh nein. Okay, egal. Wir müssen Level 4 abholen. Eine Nähmaschine, weitere vier Platten. Ein Blumenkasten. Und eine Holzpaarvision. Flavison, whatever. Haben wir jetzt auch noch. Also bei Wood sammeln werde ich jetzt erstmal hier nix hinbekommen. Es tut mir leid, ich weiß nicht wie. Und so, was haben wir denn jetzt hier alles? Können wir auf jeden Fall mehr platt machen. Können wir jetzt mein Lagerfeuer, was ich geplant habe, hoffentlich fortsetzen. Ja. Hier schönes Lagerfeuer. Guck mal. Und dann hier in der Mitte so tolles Lagerfeuer. Wir können hier ringsherum irgendwas bauen, weiß ich nicht. Jetzt so Muster oder so. Ich lasse es erstmal so stehen. Wir wollten jetzt aber noch eine Sache schnell tun, bevor dieser erste Part endet. Der hat man schon ein bisschen chaotisch war, aber langsam wieder geht. Und zwar, was ist jetzt mit unserer Brücke, die wir jetzt die ganze Zeit gebaut haben und die jetzt eigentlich reichen müsste. Ich hoffe, das war jetzt genug Zeit und jetzt bin ich... Ey, nee. Ich bin so... Okay, es war gerade noch so rechtzeitig. Nee, fehlen hier noch vier Stück. Okay, drei. Jetzt kommt dieses Vogelscheuchengebiet, ich will so heuer bauen müssen. Let's go. Sie wird gebaut. Mit Zeit, die Richtigkeit, 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 die Richtigkeit ist darauf aus dem Ich glaube, die Windmühle kommt erst nächsten Part. Ja, okay. Damit zahlen wir schnell das 400 Holz. Ja. Ich kann es schon nicht mehr steuern. Na ja. Egal, Leute. Das war der erste Part. Das hier war der... Das hier war jetzt der erste Part. Ja, okay, ich gehe jetzt hier. Tschüss. Hau da rein. Auf der Brücke. Im Stehen. Das hier war der erste Part von My Little Universe Staffel 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao.